Der Hohe Orden vom Schwarzen Adler war der höchste preußische Orden. Gestiftet wurde er durch Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg am 17. Januar 1701, dem Tag vor seiner Selbstkrönung zum König in Preußen in Königsberg am 18. Januar 1701. Geschichte Die Statuten des Ordens datierten vom 18. Januar 1701. Der Schwarze Adlerorden war kein Verdienstorden wie der Orden Pur-Limerit, sondern zunächst ein Hausorden mit begrenzter Mitgliederzahl, das Motto des Ordens lautete Sum qu'iqve. Ursprünglich sollte die Zahl der preußischen Ordensträger, die königlichen Prinzen nicht mitgerechnet, nur 30 betragen. Bis 1848 mussten Personen von nicht reichsfürstlicher Geburt, die die Auszeichnung bekommen sollten, ihre Abstammung von acht Adligenahnen nachweisen und das 30. Lebensjahr erreicht haben. Mit der Neuveröffentlichung der Statuten durch Friedrich Wilhelm IV. Am 20. Februar 1848 erhielten nichtadelige Ordensritter mit dem Erhalt der Insignien einen Wappenbrief, der sie in den erblichen Adelsstand erhob. Die preußischen Prinzen erhielten den Orden zwar mit ihrer Geburt, legten die Insignien aber erst nach ihrer Konfirmation und nach der Neuveröffentlichung durch Friedrich Wilhelm IV. zusammen mit ihrer ersten Offiziersuniform zum vollendeten 10. Lebensjahr an. Auch Frauen konnten den Orden erhalten, so Z. B. die Königin von Preußen und deutsche Kaiserin Viktoria. Insignien, Kleinod. Das Ordenszeichen des einklassigen Ordens ist ein blaue Mehliertes Malteserkreuz mit schwarzen gekrönten Adlern in den Kreuzwinkeln. In der Mitte befindet sich in einem goldenen Medaillon das verschlungene Monogramm des Stifters FR. Unter Friedrich Wilhelm II. zeigt das Medaillon das Monogramm FWR. Das Ordenszeichen konnte auch in Brillanten verliehen werden. Stern. Das Medaillon des achtstrahligen silbernen Ordenssternes zeigt den schwarzen preußischen Adler auf orangefarbenem Grund innerhalb der Ordensdevise. Surum-Qui-Qui sowie einen Lorbeerzweig. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war der Ordensstern gestickt und wurde an die Uniform genäht. Ab 1810 wurden die ersten Ordenssterne aus Metall verliehen und Friedrich Wilhelm IV. verfügte 1858, dass nur noch silberne Ordenssterne zu verleihen sind. Der silberne Ordensstern konnte, wie das Kleinod, auch mit Brillanten verliehen werden. Ritter des schwarzen Adlerordens, die auch Ritter des englischen Hosenbandordens waren, konnten den Stern des schwarzen Adlerordens mit dem Hosenband umschließen, bent. Das Kleinod wurde an einer einfarbigen Orangenscherpe von der linken Schulter zur rechten Hüfte getragen. Das orangefarbene Ordensband war eine Huldigung an das Haus Oranien und Friedrichs holländische Mutter. Außerdem verliehe es der Hoffnung auf das Erbe des kinderlosen Oranies Wilhelm III. von England Ausdruck. Ordenskette. Als besondere Auszeichnung konnte der Orden mit der Killein verliehen werden. Die Kette setzt sich aus zweierlei Arten von Kettengliedern zusammen. Ein schwarze emaillierter Adler, der in seinen Fängen goldene Donnerkeile trägt und einen blau emaillierten Reif, an dessen Seiten vier Königskronen befestigt sind. Im Inneren des Reifes befindet sich ein weiß emailliertes Medaillon mit der aufgemalten Ordensdevise. Der Reif wird mit dem Medaillon durch die goldenen Initialbuchstaben des Stifters FR verbunden. Wissenswertes. Die Ritter des Ordens vom Schwarzen Adler trugen ab 1861 stets das Großkreuz des Roten Adlerordens als Halsdekoration. Heute ist der Ordensternzeichen der Feldjägertruppe der Bundeswehr und soll an die Gründung des Feldjägerchor durch Friedrich II. im Jahre 1740 erinnern. Er wird als Abzeichen in Eichenlaub gefasst am Barrett getragen. Auch die Freimaurerloge zum Schwarzen Adler in Berlin führt neben dem Ordensstern das Motto des Ordens Suum Kuique in ihrem Bijou und erinnert damit an die Gründung der Freimaurerei in Preußen durch Friedrich II. im Jahre 1740. Die Statuten schrieben fest, dass der Orden täglich getragen werden musste. Bei dem ersten Versäumnis der Tragepflicht musste der Ritter 30 Thaler. Bei der zweiten 100 Thaler an das königliche Waisenhaus in Königsberg zahlen. Beim dritten Versäumnis wurde der Orden aberkannt. König Friedrich II. verlieh den Orden keinem General, der in Kriegsgefangenschaft gewesen war. So auch nicht dem Reichsgrafen Friedrich Ludwig Fink von Finkenstein nach 55 Dienstjahren. General Ernst Ludwig von Pfuhl war 1786 der Letzte, der durch Friedrich II. mit dem Schwarzen Adler Orden ausgezeichnet wurde. Friedrich II. übersandte seinem Vertrauten den Orden mit den eigenhändig geschriebenen Worten, meinem lieben und ehrlichen Pfuhl. Verleihungen Bis zum Ende der Monarchie im November 1918 wurde der Orden insgesamt 1341 Mal verliehen. Zusätzlich erfolgten 92 Verleihungen mit Brianten. Vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. erhielten am 7. April 1805 gleichzeitig Napoleon I., Murat Tellyrand, der Rockbert hier, Bernadotte und Kembeckeres den Schwarzen Adler Orden. Der schwedische König Gustav IV. Adolf, der den Orden im Jahr 1792 erhalten hatte, schickte ihn daraufhin 1805 zurück, da er als legitimer König von Gottes Gnaden nicht mit einem Usurpator und generellen bürgerlicher Herkunft auf eine Stufe gestellt werden wollte. Seit 1919 wird die Auszeichnung nur noch an Mitglieder des Haushauses Hohensollern verliehen. Bis 1934 erfolgten 13 Verleihungen. Bis zum Tode des letzten Kaisers Wilhelm II. im Jahre 1941 wurde das Ordensfest, der 11. Juli, jedes Jahr in Dorn gefeiert. Ständiger Gast war dabei August von Mackensen, Ordensritter. Die ersten 19 Ordensritter wurden am Tag der Stiftung in den Orden aufgenommen. Nachdem zuerst Johann Kasimir Kolb von Wartenberg zum Kanzler des Ordens gemacht wurde, wurden folgende Personen zu Rittern geschlagen. Kronprinz Friedrich Wilhelm, Markgraf Philipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt, Markgraf Albrecht Friedrich von Brandenburg-Schwedt, Markgraf Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt, Herzog Friedrich Wilhelm Kettler, Herzog Friedrich Ludwig von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck-Gouverneur von Preußen, Generalfeldmarschall. Graf Hans Albrecht von Barfu, Brandenburgisch-Preußischer Generalfeldmarschall. Graf Alexander Zedona-Schlobitten, Brandenburgisch-Preußischer General und Diplomat. Philipp Kahl von Weilig und Lottum, Preußischer Generalfeldmarschall. Otto Wilhelm von Perband, Obermarschall und Landhofmeister. Christoph Alexander von Rauschke, Oberburg Graf von Preußen. Georg Friedrich von Kretzen, preußischer Oberrat und Kanzler. Graf Adam Christoph von Wallenroth, Oberhofmarschall von Preußen. Graf Christoph I. Zedona-Schlodien, Brandenburgisch-Preußischer General und Diplomat. Graf Otto Magnus von Dönhoff, Brandenburgisch-Preußischer Generalleutnant und Gesandter. Julius Ernst von Tettau, Oberamtmann von Angerburg-Feldzeugmeister der Generalstaaten. Wilhelm Dietrich von Bülow, Oberhofmeister der Königin. Johann Georg von Tettau, Kammerherr Friedrich III., Generalmajor der Kavalerie, Kommandant der Gardedukorps. Siehe auch Ritter des Schwarzen Adlerodens.